Warte, Gelb? Warte, was war Gelb? Oh, Gelb? Grün, Grün! Grün, Grün! Alter, ich hab's schon gesagt! Nein, weg dich! Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Tech It! Stirbst du, stirbst du, stirbst du? Hallo Leute! Ich hab zweieinhalb Herzen verloren! Wir lieben die Phantom Rüstung! Und ich liebe... Alter, hör auf zum Pfeifen! Wieso? Ich will weit fliegen! Und ich fliege! Und ich liebe die Power Armor! Das war's! Ja, ich möchte jetzt auch eine... Vor allem die Hand! Okay, warte, ich... Ich mach die kurz die Hand! Ist gut! Ich will auch die Hand! Dann hol die ersten... Hast du sie erst im System geholt? Nein! Ich meine Sven... Nein! Ich... Ja, ich hab's... Jemand hat... Okay... Dann muss Sven... Du musst sie sicher noch in deinem Berg haben! Ich? Ja! Hm... Also ich hab' nichts im Berg! Sie ist nicht mehr im System! Ich hab' sie nicht im Berg! Okay! Ich hab' auch einen im Berg! Ich hab'... Warte! Warte! Ich hab' die nur meine... Okay! Da muss jemand eine wieder machen! Glaub' ich! Was ist die? Lol! Ey, um was... Was haben deine andere Sachen? Okay! Okay! Ey, äh... Okay! Sven, äh... Wie viele... Wie heißt die Hand? Power Tool! Sven, was willst du für eine Farbe? Also Zurich, oh boy! Ah, Farbe... Oh, Mann! Ich nehm' mir, glaub' ich, schwarz! Schwarz? Okay, warte! So sieht schwarz aus! Gelb sieht aber auch... Oder vielleicht grau... Warte! Gelb! Was war gelb? Grün! 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 Alter! Ich hab' schon gesagt! Nein! Fick dich! Wie wär' das hier? Gelb? Warte! Warte! Kann man auch verschiedene Farbe haben? Ja! Zum Beispiel einiges! Gelb! Oh, nein! Schade nicht! Und was haben die... Und was hat zum Beispiel der Helm für Effekte? Äh... Mein Helm hat jetzt, äh... Nein, Night Vision... Äh... Ich hab' jetzt 80 dran gemacht... Aber ich... Demontiertes Video mal kurz... Kann man alles noch... So ist durchgehend? Ja, zum Beispiel... Was kann so sagen, was ist alles hart zu machen? Das wäre cool! Jo, Leute... Ich hab' zum Beispiel einen, äh... Automatischen... Autofieder... Der... Immer wenn ich hungrig bin... Dann, äh... Fittert, äh... Die Rüstung mich automatisch... Und wo hast du den Autofieder? Im Helm! Und du hast auch Nachtsicht... Ja, Nachtsicht... Und, äh... Fly Control... Und das gibt's noch? Gibt's noch mehr? Ja, ja... Gibt's viel, gibt's viel... Wenn du die Power Armor holst, kannst du hier nachschauen... Wenn du auf den beliebigen Teil gehst... Also, was wollt ihr jetzt für eine Farbe? Ja... Also, gelb sieht auch noch nice aus, finde ich... Ja, ich finde auch... Mach nochmal grün, ich weiß, das ist nur noch ansehen... Green ist halt auch ziemlich geil... Warte... Ich habe eben schon gelbe Haare, oder? Oh, ja... Da brauche ich... Okay, ne, okay, ne, ne... Ich nehme... Ich nehme gelb... Schwarz... So... 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 Gut, warte... Und vielleicht ein Orange? Mach doch vielleicht ein Orange! Orange? Okay, warte... Das wäre... Wie machen wir ein Orange? Ah, warte... Rot und Gelb... So... Das ist... Das Rot... Wie ist das hier? Das ist Rot... Das ist Rot... Nicht ganz... Okay, warte... So... Das wäre mir doch gleich... Ah... So... Das sieht bei mir immer noch gleich aus... Warte... Jetzt? Hm... Sieht so Bronzemäßig aus... Ja, das ist Orange... Hm... Warte... Gelb oder dieses Bronze... Weil... Dieses Bronze ist... Ich würde der Gelb nehmen irgendwie... Mach noch ein Gelb... Ich weiß nicht... Weil... Die ganze Arme aus Gelb... Hm... Oder ist Orange... Oder Schwarz... Schwarz ist da aber ein bisschen komisch aus... Ja... Ja... Okay... Und ich bin schon ein bisschen blau halt... Ganz... Rosa... Dann spielen wir Power Ranger... Ja, okay... Ne... Ich nehme dann... Glaube ich das Orange... Okay... Weil die... Man muss überlegen... Die ganz Rissen finden... Warte mal... Warum... Hier... Ja... Und dann... Nimmst du das... Teil hier da... Power Tools... Siehst du ne... Mhm... Klickst drauf und dann... Kosmetik... Unten... Ah ja... Okay... Kosmetik... Und dann kannst du selber einstellen... Also Install oder wie... Ja... Install und dann kommen sie so Balken... Und dann kannst du dich selber einstellen... Ach so... Oh... Oh... Aber ich... Was hat ja gar kein Gelb... Ja... Irgendwann musst du mischen... What? Okay... Und ich mach mal ein Gelb... Äh... Mit... Grün und Blau... Glaube ich... Oder... Rot und Grün... Nein... Blau und Grün... Hab ich gemeint... Warte ich mach mal so... Nein... Warte... Grün und Rot... Yo... Sorry Leute... Ich war gerade... Ah... Grün und Rot... Okay... Grün und Rot... Was macht ihr jetzt? Er macht jetzt... Das ist ein Powertool... Farbig... Äh... Das Farbe... Das ist Gelb... Und jetzt... Wie sieht das jetzt aus? Sieht das jetzt orange aus? Sag mal Jakob... Was kann ich jetzt eigentlich wegen meinem Powertool machen? Wo ist das eigentlich? Ich weiß es nicht... Mach dir ein neues... Ist ja billig... Wann sollten wir das bitte machen? Nein... Nein... Ach komm ich scheiß drauf... Nein... Warte... Warte... Power... 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 Rolltour? Warte mal... Ah... Okay... Ich habe meine Farbe... Ich glaube es ist gut so... Also ich nehme grün... Was hast du jetzt genommen Sven? Nein... Es ist weiß... Verdammt... Sven... Was hast du genommen? Ich habe orange... Orange wirklich? Ja... Aber das Grün war schon cool... Kann jemand eigentlich mal noch... Äh... Äh... Dings holen... Äh... Robber... Wir brauchen mal noch Robber... Äh... Und wie mache ich jetzt das es denn so ist? Also... Muss ich nochmal auf... Was? Muss ich dann klicken wenn ich die Farbe habe... Warum hast du sie noch nicht? Ja... Muss ich jetzt einfach weg klicken oder wie? Ja... Okay... Oh... Ich hab's... Kann man... Kann jemand noch Robber... Oh... Mein Gott... Das ist so mühsam... So... Und jetzt kann ich noch die Energie... Also... Die Power und Dings auswählen oder? Nö... Das ist mehr als mühsam... Äh... Also... Ich habe jetzt die Kosmetik ja gemacht... Kann ich jetzt noch Energie machen und so? Habe ich schon für dich gemacht... Ah... Und ich habe jetzt schon... Ja... Warte... Ähm... Warte kurz... Ne... Ich habe noch nichts... Glaub ich... Doch... An Energie... Zeigt es dir... Wenn du das Power-Tool in der Hand hast... Zeigt es dir oben links... Ah... Ja... Es steht... Ja... Gut... Dann gib mir mal noch... Bitte... Das Ding... Ja... So... Warte... Das ist meines... Ähm... So... So... Neut... Warte... Wie viel habe ich das hier... Äh... 51... Äh... Sven... Also... Äh... Mach mal noch ein... Äh... Eine... Äh... Eine... Workbench... Noch eine Workbench... Ja... Also... Das gehört dazu... Ich brauche eine... Äh... Äh... Ja gut... Nö... Ich muss gar nicht nachschauen... Wie das geht... Ich weiß ja wie das geht... Ja... Request... 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 Ich glaube das hat reichen... Komm schon... Ja... Perfekt... Äh... Könnt ihr mir noch ein bisschen Wolle besorgen... Machst du jetzt schon eine Workbench? Nein, nein... Ah gut... Leute... Ich hätte eine große Bitte an euch... Wolle... Viel Wolle... Okay... Für... Ah... Ich weiß für was... Haben wir hier nicht viele Strings? Was? Jo hier ist die Workbench... Du sollst es jetzt eigentlich aufnehmen... Wir haben... Wir haben noch... Fünf Sharma... Okay... Sharma... Wieso? Das ist es gar nicht... Nein... Mein Sharma witzig ist? Genau... Iron... Iron... Einfach... 2.000 Iron... Dreh... Geh nachher ein bisschen Stück nach links... Und dann hast du die Workbench... Das Sharma... Das Haar des Lebens... Ist so... Ja... Also... Ja... Äh... Im Moment... Auch wenn man es sich abrasiert... Ja genau... Im Moment mache ich jetzt gerade noch... Äh... Svens... Powertool... Hm... Wow... Komm... Geh... Geh... Geh rauf... Dass er auch... Ja... Herumpauen kann... Rumpauen kann... Ja genau... Aha... Ich bin so sexy... Und power rum... Oder so... Ja genau... Ja... Er hat noch nicht genug Schlaf gehabt... Nein... Eindeutig nicht... Drehst du immer so wie das Zeug... Drehst du immer so wie das Zeug... Drehst du immer so wie das Zeug... Das ist doch dieser... Jetzt... Wie sei es... Das ist jetzt gelb oder? Ja... Eher gelb anscheinend orange... Aber egal... Es sieht trotzdem gut aus... Ja... Ich will... Aber es hat ein ziemlich cooles Geld... Nicht so ein... Ziemlich... Also... Nicht zu hell oder so... Hat so aus... Ich erinnere mich irgendwie... Was ist die Farbe an diesen... Golding... Wie hast du die Farbe gemacht? Warte... Welche Farbe? Ja für dein Tool... Achso... Das ist voll easy... Warte... Lass mich die Farbe machen... Mach einfach grün... Es steht sogar schön grün... Äh... Wähl das Power Tool aus... Was? Das Power Tool... Und dann äh... Achso... Siehst du doch die Waffen... Nein nein... Nicht drauf gehen... Nein nicht so... Man hier einfach... Momentar... Und dann hast du ja so... Äh... Ups... Und dann hast du ja so... Wenn das mal so ist... Man dich... Die Hand... Ja... Und dann äh... Drück mal... Rechtsklick... Lohn... Eigentlich solltest du doch solche... Äh... Sachen haben... Siehst du über den... Äh... Anzeige der Rüstung... So... Symbole... Ach ich habe aber die Rüstung ja... Noch gar nicht... Also... Nein nein... Nur... Als Anzeige über die Rüstung... Hast du dort solche... Sachen... Nicht? Nope... Okay... Dann gib mir bitte mal... Die... Das Power Tool... Lohn... Aber warum nicht? Ah... Ich habe es auch nicht... Okay... Aber da habe ich das... Warte... Oh yeah... Okay... Und wie sieht es aus? Helegrün... Grün... Sieht so aus... Ist geil... Ah... Manchmal... Manchmal wechselt es einfach... Wenn hier auch wieder Eis... Sieht das Grün gut aus? Ja... Und dann äh... Warte... Dann... Muss du das hier haben... Okay... Warte kurz... Dann... Dann hier... Äh... Loll... Warum habe ich nur... Wtf... Hä? Sohle neud... Haben wir nicht mal Sohle neud gemacht? Äh... Doch... Ich habe noch... Äh... Wtf... Okay... Warte... Äh... Das hier brauchst du noch? Ich habe keinen HV-Klöp... Wtf... 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 Okay... Und dann muss ich jetzt... Ein Power-Tooler... Muss ich das... Bei diesem High... Also muss ich das... Ding machen... Ja, ja, komm... Kannst du mir die Sache noch noch geben? Äh... Dann nimmst du... Und wo rein jetzt? Dann sich den... Bei Power-Tool... Den... In-place-Assembler... Zum Beispiel... Kannst du mir die Control-Sequid geben? Ach, so... In-place... Also zum Beispiel... Da gibt's mehr... Die... Die... Die Workbench... Siehst du die Workbench? Jakob... Warte... Dann... Mach das... Nimm das... Und installier's... Jakob... Kannst du mir die... Hast du noch ein... Ein... Control-Sequid? Kannst du eine Workbench? Danke... Du hast ja... Wie schon... Äh... Rest kann ich noch nicht machen... Weil ich... Diamond Drill Upgrade... Ich hab nicht mehr genug... Äh... Forcefield in Mitte... Im Moment... Und wie kann ich die Workbench... Jetzt aufrufen? Äh... Über der Anzeige von... Teils ist es doch... Von Power-Tool... So und wenn ich habe... Ist gut oder? Ja... So... Ich hab's zu keine Anzeige... Im Power-Tool... Was... Du hast keine Batterie drin... Im Power-Tool... Ach so, okay... Wie kann ich die Batterie... Du brauchst ein... HV-Kappes zu tun... Hast du eine Batterie drin... Oh... Ich? Ja, zeig's bei dir was an... Wenn du das Power-Tool auswählst... HV... Hast du noch... HV-Kappes zu tun? Äh... Und was muss ich jetzt machen... Du mal... Mir bitte die... Die Hand... Da... Ich schick's von nicht... Energy Cell Frame... Nein, mach's nicht... Mach's mit... Mach's mit... Mach's mit... Mach's mit dem Lapetron... Laptron? Du hast ja... Ah... Laptron... Energie drin... Eigentlich... Achso... Eigentlich... Ja schon... Aber... Haben wir noch... Weirings? Ja... Ich glaub's... In manchen Projecten... Hast du mich zu anzeigen... Über den... Über... Der... Also wenn ich jetzt... Da drin bin... Nein, einfach... Wenn ich einfach so trage... Ja... 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 Die... Haben wir noch... Haben wir noch... Haben wir keinen Rubber mehr? Ja... Nicht genug... Um äh... Dir alles zu machen... Hä? Kannst du nicht Rubberwood count pressieren? Nein, das nicht... Das andere nur... Wie warst du jetzt die Rubber? Ne... Noch mehr... Weißt du oder was? Okay... Äh... Ich brauch die... Electronic Tree Prep... Electronic Tree Prep... Request... Danke... Ich komme gleich wieder... Nein... Geh nicht weg... Haben wir hier noch? Hier haben wir noch... Hier haben wir... Äh... Hier haben wir... Hier haben wir... Da haben wir... Und... Dort haben wir... Jakob... Du weißt was... Du weißt es... Hey... Ey... Sven... Ja... Ich sehe jetzt die... Die Crafting-Kiste... Ah... Das musst du mir sagen... Mensch... Okay... Cool und jetzt... Jetzt kannst du... Äh... wenn du rechtlichst... Macht... Oh ja und dann geht's automatisch auf... Wieso hat denn eine Batterie bekommen? So habe ich keiner... Weil... Es kommt jetzt plötzlich... Einfach... Keine mehr... Darum... Glück mich... Ey... Ey... Wo ist es... Ey... Hier... Sticky Resin... Wo bist du Sven? Mach doch den Magnet-Mod an... Ey... Hast du jetzt irgendwas gemacht... Dass ich das bekommen habe? Nein... Es kam jetzt einfach... Hm... Plötzlich... Aus dem Nix... It was some strange shit... Hm... Okay... Jetzt habe ich einfach so ne... Direkt einfach ne... Crafting-Dings... Uh... Hier hat sie noch... Viel... Nein... Cool habe ich immer so ein Crafting-Dings bei mir... So... Und wir haben doch noch mehr Rüstung hier oder? Rüstung? Ja... Ja... Die anderen Power-Dings Rüstung... Ja... Jakob... Wie viele Stickerys eben brauchst du? Hm... Genug... Kann man die Hand jetzt noch mehr modifizieren? Ja... Dankeschön... Cool... Nachschauen... Also jetzt haben wir das Special gemacht... Die Cosmic... Jetzt noch die Energie... Basic Battery... In... Hm... Ja...